Oh, oh. Sitzt du da gerade auf dem Klo, Mann? Was ist denn das jetzt für ein Film? Moin, Leute! Und herzlich willkommen zu einem weiteren Poppy Playtime-Film, oder? Yo! Wir gucken uns heute wieder ein paar Poppy Playtime-Animationen bzw. Filme an. Beim letzten Mal, es war schon ultra lustig. Da wurden wieder irgendwelche, äh, Poppys und Huggys und Kissys geklatscht und dann war der Grabpack-Typ wieder am Start. Heute wieder auf dem Kanal von Poppy unterwegs. Videos sind in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal auschecken. Ich wünsche euch viel Spaß, Kuss, lasst ein Like für das Video da und ich würde sagen, wir gehen rein. Let's fass! So, wir sind jetzt hier anscheinend im Vent und da ist der Grabpack-Mann wieder. Da ist Vent wieder, oh, oh, okay. Doch nicht witzig, aber das Gesicht. Er ist am Sweaten, Leute. Er hat Angst, was passiert jetzt? Junge, die sind so gut gemacht. Stell dir mal vor, das wäre so... Ich hätte so Schiss, Alter. Hä? Warte mal ganz kurz. Was? Mario? Hä? Was? Oh, oh, oh. Wenn der Typ sauer ist, das heißt nichts Gutes für... Huggi. Ja, Bruder, du bist der, glaube ich, jetzt... Am Arsch. Oh, oh. Leute! Oh, Gott! Huggi will den aufessen! Oh, oh, da kommt der Grabpack jetzt wieder. Das war's? Oh, Digga, einfach aufgegessen. Ich würde sagen, ähm... Du bist am Arsch, Bruder. Na, da bin ich ja mal gespannt. Das soll jetzt ein FNRF-Film sein. Und ganz kurz, ich habe schon die Kommentare gesehen. Richtig viele von euch haben halt geschrieben, bitte spiel Friday Night Funkin' Denum. Bitte! Ich würde es machen. Ich sage ehrlich, wenn ihr jetzt noch mal Hashtag FNRF in die Kommentare rein spammt, ich gucke dann, wie viele es geworden sind. Und wenn es wirklich viele sind, Leute, dann ziehe ich nächste Woche durch. Habe ich versprochen. Aber erstmal geht es jetzt hier rein ins Battle. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt bei den beiden abgeht. Huggi ist hier, ne? Er ist zum Kämpfen bereit. Und wer ist er eigentlich? Ich nenne ihn Kid. Er ist einfach Kid. Mikrofon in der Hand. Hab ich auch. Beat fetzt. Digga, die Mucke ist... Die Mucke ist krass. Oha, Digga. Warte kurz. Safe, Digga. Ich bin da. Krass, also ganz kurz mal jetzt Es geht ja eigentlich nur darum, dass sie sich hier gegenseitig so Musikbattle liefern mäßig Ja, und dann kommt, der kommt, der Wisse ich meinen Sonnenbrillen denn nur halt Ich habe jetzt mal ein Stück vorgespult, Leute Wir gucken jetzt mal weiter, weil ich will jetzt sehen, was so am Ende passiert von dem Lied Boah, das wird ja irgendwie immer schneller Kid, Alter, es riecht am Das war's Wer hat jetzt das Battle gewonnen? Hallo Auch wenn es komisch war, wer hat das Battle jetzt gewonnen? Ich weiß es immer noch nicht Oh, Leute, das wird lustig Elmo und der Grabback-Typ Oh, nein Er kriegt schon eine Klatsche Oha, richtig gut gemacht Alter, nicht schlecht Okay Ich glaube, Elmo wird jetzt bis Stell dir vor, er weicht aus Stell dir einfach vor Du klatschst so drauf, er weicht kurz aus Bruder, du bist am Er merkt gerade, er ist am Arsch Oh nein Das ist der Moment you realize you fucked up Boah, hat sich ja die Augen, ne? Junge, wie lange warst du wach? Guck mal genau hin You are dead Er weiß schon ganz genau Er hat einen Fehler gemacht Total gut Also der Typ ist richtig im Arsch Leute, ihr dachtet Das war schon ein cringes Video Aber ich habe jetzt gerade spontan in der Aufnahme noch ein Video gefunden Hagiwagi hat ein Baby bekommen Kissimissi ist schwanger Der Kanal Slimecat hat diese geile Animation gemacht Ich denke auch, dass wir demnächst wieder auf ein Video von denen reagieren Aber wir gucken uns den ganzen Arl jetzt an Und seid gespannt, was passiert Slimecat, bester Kanal Auch in der Beschreibung verlinkt Ist klar Boah Ja, gar nicht cringe Überhaupt nicht Auch die Spotshow-Animationen sehr wichtig Oh oh Sitzt du da gerade auf dem Klo, Mann? Was ist denn das jetzt für ein Film? Oh nee Och Leute Schwangerschaftstest Also Wer jetzt sagt, das Lachen hat sich ungefähr so angehört wie meins, ne? Der macht das Video aus Ich sage ehrlich, der macht Video jetzt aus Hagi Oh oh Der checkt halt gerade, Digga Hier ist irgendwas nicht ganz in Ordnung Schwangerschaft Warte mal ganz kurz Die hat da raufgepinkelt Und der hat damit gerade seinen Kaffee umgerührt Oh nee, ne? Oh nee, ne? Zum Glück ist das nicht mein Kaffee gewesen Ja, sie ist jetzt richtig traurig Wäre ich halt auch Sie ist halt scheiß jetzt irgendwie, ne? Junge, der hat den einfach ausgetrunken Was ist das denn? Er malt ein Herz in sein Essen rein, ne? Digga, warum rastet die denn jetzt so aus? Mannerschaft Kickt rein, sie muss kotzen Junge Digga Regel Nummer 1 Schmeiß nie das Essen von der Mutti In den Müll In den Müll Ansonsten überlebst du den Tag nicht mehr Digga, einfach durch die Decke gepanscht, Mann Oh nein, sie ist ein bisschen traurig jetzt, ne? Guck dir Hagi den Versager an Geh arbeiten, Junge Ja Oha Egal, der checkt ja gar nichts mehr Aber hat der Ist das gerade sein Röntgenlaser? Lol Er ist schon ein bisschen süß, ne? Schreibt Hashtag süß rein, Leute Wenn's schon süß war Coole Story, Alter Also krass, was das für ein Film ist Jetzt holt er sich die Blumen Und schenkt ihr die Ehrenmann Hagi, du Ehrenmann Und, äh Will er gleich nächste Schwangerschaft vorbereiten? Hurra, tatsächlich Digga, voll der geile Film, Alter Also war schon cringe Aber war schon geil Coole Story Ja, Leute Und das war's wieder mit ein paar Poppy Playtime Filmen Beziehungsweise Animationen Ich hoffe, sie haben euch gefallen Lasst ein Like für mein Video da Und abonniert den Kanal Falls ihr Bock habt, könnt ihr noch andere Videos auschecken Ich wünsch euch was Dickes, dickes Küsschen Denno Out